Hallo zu einem neuen kleinen Outfit-Quickie. Und zwar wählen wir dieses Format hier, wenn wir dir einfach nur zeigen wollen, dass Stoffe perfekt zusammenpassen. So wie in diesem Fall heute hier. Hat sich jetzt ein bisschen nach Nachrichtensprecher an, aber das fand ich selber. Okay, wir haben hier einmal unseren Two-Way-Stretch-Wool-Touch, den Hosenstoff in diesem schönen Dark Navy. Ihr könnt ihn super schön verwenden für alle Hosen wie Marlene-Hosen oder aber auch Buntfalten-Hosen. Also viele Rosentypen lassen sich daraus nähen und dazu passt perfekt aus unserer Premium-Kategorie dieser Viskose-Crepe-Blusenstoff. Eine, die wir euch letzte Woche schon vorgestellt haben, jetzt zur Woche, letzte Tage, egal. Und zwar ist das einer unserer Exklusivstoffe, würde super dazu ausschauen und ebenfalls super würde dazu dann dieser Boucle hier passen in dem tollen Mint-Ton. Da könntet ihr zum Beispiel dann eine Kurzjacke oder einen Mantel rausnehmen, hier die Bluse, dort die Hose und damit seid ihr wirklich ganz toll. Perfekt gekleidet, Farbtyp Sommer. Sommer, der Sommer trägt übrigens kühle, helle Farben oder kann gut kühle, helle Farben tragen, so. Und ich weiß, dass wir manchmal mit dieser Farbtyp-Geschichte den ein oder anderen verwirren, der seinen nicht kennt. Deswegen versuchen wir wieder ein bisschen mehr Informationen dazu hineinfließen zu lassen. Wie gesagt, stehen dir gut kühle, helle Farben, dann ist das hier, könnte dein Outfit sein. Viel Freude damit!